Ja, es hat sich ja doch noch ein bisschen gefüllt. Und dann darf ich alle, die jetzt hier in der Future sind, zu unserem nächsten Vortrag wieder zum Thema Freifunk begrüßen. Und dich, Peter Buschkamp, auf der Bühne. Und es geht jetzt in der nächsten halben Stunde vor allem um die technischen Komponenten hinter Freifunk München. Also viel Spaß. Ja, dankeschön. Kurze Frage, wer war eben in einem der anderen Freifunk Talks? Wie viel muss ich ganz kurz zusammenfassen, worum es geht? Wer weiß von den Anwesenden, worum es bei Freifunk geht? Wer will wirklich nur die Technik hören? Wer möchte zwei Minuten über die allgemeine Einführung? Okay, gut. Dann machen wir nicht nur Tech Talk, dann machen wir auch zwei Minuten allgemein. Okay. Freifunk. Freifunk ist eine Idee, die geht zurück bis in die 90er Jahre. Damals haben die ersten Leute angefangen, noch mit sehr einfacher Technik. Teilweise haben sie es versucht mit DECT zu machen. Das waren so die DECT-Telefone, die man heute noch so kennt. Damals so Überlegungen, ja, da kann man ja auch vielleicht Computer mit verbinden. Immer mit der Idee, halt Netzwerke zu schaffen, die über Luftschnittstelle funktionieren. Damals nannte sich das noch Bürgernetze. Und dann war das ein paar Jahre Ruhe. Dann ergab sich ja auch so andere Sachen. Plötzlich kamen die ganzen Mobiltelefone auf, 3G und so weiter, gab es zu der Zeit dann. Und irgendwie kam diese Idee dann doch wieder hoch, nachdem dann Leute erkannten, es gibt mittlerweile ausreichend billige WLAN-Hardware, die man umflaschen kann und damit eben auch Vernetzung machen kann. Vielleicht von Haus zu Haus, weil ich stelle mir so einen Teil hin, mein Nachbar stellt sich so einen Teil hin, das Teil verbindet sich und wir können plötzlich Daten austauschen. Und so kam dann Freifunk auf und in München ist es von vor, ja, fast jetzt 5 Jahren dann wieder groß geworden. Wie gesagt, Freifunk ist halt eigentlich dazu angetreten, nicht jetzt irgendwie kostenloses Internet nur zu verteilen, nicht nur, das ist das Wichtige dabei, sondern eben auch die Möglichkeit zu schaffen, die Gemeinschaft zu fördern. Das heißt, ich mache mir ein unabhängiges Netzwerk, ich kann damit auch meine Sozialstrukturen stärken, ich kann Entstehung neuer Sozialstrukturen stärken, ich kann Technik vermitteln, ich kann also Leuten erklären und mitteilen, wie man eigentlich Netzwerke aufbaut. Und uns ist auch sehr wichtig, ein Punkt, den man da auf der linken Seite steht, nämlich Aufklärung und Sensibilisierung, was Kommunikations- und Informationsfreiheit angeht. Dass es eben möglich ist, miteinander zu kommunizieren, ohne, dass man einen der kommerziellen Anbieter benutzt, wie jetzt meinetwegen. Das mit dem T und das mit dem O oder das mit dem M in München. Was ist dabei wichtig? Das Gemeinschaftsnetzwerk ist grundsätzlich nicht kommerziell. Es ist offen, es ist unabhängig vom Internet in erster Linie, das ist die Idee, ganz unabhängig sind wir noch nicht. Es ist ehrenamtlich, also alle Leute, die da mitmachen, machen das in ihrer Freizeit. Und ich kann damit Internetzugang auch realisieren, über Funk. Ich kann damit auch mein Internet zu Hause scheren, gefahrlos, ohne dass diese Störerhaftung, ja, die ist jetzt abgeschafft angeblich, aber so richtig. Und wenn man sich die Details anguckt, will man sich in diese Grauzone immer noch nicht übergeben. Das Ganze kommt natürlich so ein bisschen aus dem Chaos-Computer-Club-Umfeld auch. Und der Helka-Ethik ist halt wichtig dabei. Und ganz wichtig, der letzte Punkt da unten, öffentliche Daten nutzen und private Daten schützen. Ganz wichtiger Punkt. Okay, also. Ich skippe jetzt über ein paar Sachen mal drüber, weil wir wollten ja eigentlich einen Tech-Talk machen. Wenn man jetzt Freifunk machen möchte, dann habe ich zu Hause ja meistens so eine Box stehen. Ja, mittlerweile sind die dann rot oder vielleicht auch schwarz. Kommt drauf an, bei welchem Anbieter ich bin. Und dieser Heimnetz-Router hat ja für mich im Prinzip, macht der Internet. Und da ist mein WLAN dran. Da möchte ich jetzt nicht vielleicht zum Beispiel jeden dran lassen. Was kann ich denn zum Beispiel machen mit Hilfe von Freifunk, wenn ich jetzt diesen einen Punkt da am Anfang nehmen möchte, wenn ich mich jetzt, wenn ich meinen WLAN teilen möchte. Gerade so, wer Kinder hat, wird das kennen. Die bringen dann auch mal die Kumpels oder die Freundinnen nach Hause und dann können wir hier ins WLAN. Naja, was wollten ihr da machen? Okay, gut. Will ich dann mein Passwort da rausgeben? Vielleicht nicht. Dann mir vielleicht über eine Möglichkeit, das besser zu sharen und über eine Verbindung zu sharen, die dann nicht mit meinem Namen verknüpft ist. Und dazu gibt es dann halt so einen Freifunk, Freifunk-Router. Dieser Freifunk-Router ist ein eigenständiges anderes Gerät. Also ich modifiziere nicht das Gerät, was ich schon zu Hause habe, sondern ich packe ein zusätzliches Gerät daneben. Als dieser Vortrag entstand, gab es den noch ab 20 Euro. Mittlerweile ist es so, dass wir halt auch gewachsen sind, gerade in München, Freifunk, wo es sich gezeigt hat, dass diese Hardware so ein bisschen schwachbrüstig ist. Also mittlerweile reden wir eher so von 40 Euro mit ein bisschen besserer Hardware. Aber das ist so die Größenordnung, von der wir reden. Dann hole ich mir die Firmware von Freifunk München darunter, flashe die da drauf und dann verbinde ich die mit meinem Heimrouter. Einfach so, als würde ich einen normalen, das könnte ja auch mein PC sein, den hänge ich also einfach hier dran. So, was passiert dann? Dann muss ich den noch konfigurieren, da gibt es eine Anleitung dann dafür. Und ja, Freifunk kommt dann da raus. Dieses Freifunk ist jetzt das Nette dabei, das hat nichts mit meinem Netzwerk zu tun. Also Freifunk und Heimnetzwerk sind getrennt. Das heißt aber auch, dass die Nutzer, die jetzt in meinem Heim-WLAN hängen, also ich zum Beispiel, ich sehe nicht die Nutzer, die im Freifunk-Netzwerk gerade damit rumhängen. Ich kann auch keine Daten darüber austauschen. die Leute, die im Freifunk dranhängen, was zum Beispiel mein Nachbar ist, der jetzt keinen Internetschluss hat oder bei dem der Internetanschluss nicht läuft oder vielleicht sind es die, ja, die Freunde meiner Kinder, haben auch keinen Zugriff auf die Hardware, die im Heimnetz hängt, können auch da nicht drucken oder irgendwas. Sie sind halt wirklich komplett getrennt. Natürlich gibt es hier eine physikalische Verbindung und die muss auch da sein, weil irgendwie müssen wir ja diese Daten dahin kriegen, wo sie hin sollen, zum Beispiel ins Internet. Und das läuft dann natürlich hier drüber, Stichwort VPN und Tunnel. Was das jetzt ist, da gucken wir jetzt genau rein. Ich kann mich verbinden bei Freifunk über Funk, wenn ich so eine Knoten hier habe, der so ein rotes Freifunksignal da rausgibt. Das kann ich machen, das kann auch mein Nachbar machen und wenn es mein Nachbar auch macht, dann kann ich mich mit dem verbinden über Funk. Das ist genau das hier, was man hier sieht. Da gibt es so einen anderen Router, da oben rechts, das ist vielleicht der von meinem Nachbarn. Und es gibt zwei SS-IDs, die die Teile ausstrahlen, nämlich einmal das Föhnchen.freifunk.net. Das gibt es hier übrigens auch auf der Messe. Wir haben es hier aufgebaut. Wer es nutzen will, kann es hier nutzen. Und ein sogenanntes Mesh-Netzwerk. Und über dieses Mesh-Netzwerk, da können die auch untereinander mit kommunizieren. Und schon habe ich eine Möglichkeit, ich habe jetzt hier plötzlich Internet-Sharing drin, für meine Gäste und sonst was. Und ich kann Daten mit meinem Nachbarn austauschen, ohne dass ich irgendwie sowas wie Dropbox oder sonst was nutzen will. Sieht also so aus. Wenn jetzt ein nächster dazu kommt, anderer Nachbar, oh, ist ja geil, will ich auch. Dann sitzt der da. Wenn der sich jetzt verbindet, verbindet der sich zum Beispiel, weil sein Funkkreis reicht bis zu B, aber nicht bis zu A, mit Nummer B, aber kann dann aber auch Daten austauschen mit Nummer A. Ja, Sie sehen schon das Problem. Wenn mein Nachbar Nummer B den Freifunkruter ausschaltet, ist es essig mit der Kommunikation. Gucken wir uns das ein bisschen größer an. Meinetwegen so. Da gibt es dann auch mehrere Wege, über die man vielleicht an die gleiche Stelle gehen kann. Man kann es jetzt mal ein bisschen gucken. Und jetzt kommt der Clou noch. Also wir hatten jetzt Internet, kann ich an meine Gäste verteilen. Ich kann kommunizieren mit meinen Nachbarn. Wie sieht es denn dann aus, wenn jetzt irgendjemand Internet hat in diesem Netzwerk? Vielleicht bin ich das. Vielleicht ist das mein Nachbar. Naja, dann hat plötzlich auch die ganze Wolke Internet. Wie jetzt? Jetzt surfen hier irgendwie 50 Leute über meinen Internetanschluss, aber ich habe doch nur 16 Mbit. Naja, das kann man ja einstellen. Da kann ich dann sagen, fürs Freifunk bitte, für die Allgemeinheit, gebe ich N Mbit von meinen Y N Bit frei. Was passiert denn jetzt, wenn das jetzt in Max Vorstadt ist und jetzt brauchen wir noch eins in Freimann und jetzt brauchen wir noch eins in München Mitte. Wie haben denn die miteinander zu tun? Das ist ja schon ein bisschen weiter. Geht das auch? Ja klar, das geht auch. Da muss man dann so Strecken dazwischen bauen, so Richtfunkstrecken nennt sich das. Und dann können die auch miteinander kommunizieren. Und wenn jetzt zum Beispiel eins von diesen Wölkchen, also diese grüne, also diese blaue Wolke da unten, das kann ja jetzt auch ein professioneller Anbieter sein. Und das kann zum Beispiel, und im Fall von Freifunk München ist das auch so, da ist es die SpaceNet AG hier in München. Das ist ein Internet Service Provider, der hier auch das Netzwerk auf der Messe macht und der ist ein Partner von uns. Das heißt, unsere ganze Infrastruktur-Hardware, wo wir jetzt in ein paar Minuten dann noch drauf kommen, die steht bei SpaceNet im Rechenzentrum und der eigentliche Uplink ins Internet, also irgendwo muss ja der Freifunk-Internet-Traffic hingehen, der geht jetzt nicht irgendwie über die einzelnen Leute raus, darf er ja nicht, weil dann wäre es ja auch mein Name, sondern er muss ja irgendwo anders hin und die Leute müssen es ins Internet weitergeben. Das passiert dann zum Beispiel in diesem Rechenzentrum, das dann halt bei SpaceNet AG steht. So, wie sieht das jetzt intern aus? Das ist ja looks good on paper, ja, alles schön, Kreise hier gemalt, aber das muss ja auch funktionieren. Okay, das ist so ein Freifunk-Router, wie man ihn kaufen kann, also erstmal so ein, ja, man nennt sie auch abfällig Plaster-Router, weil sie so billig sind und einfach sind, kosten also nicht hunderte von Euro, sondern um die 40. Meistens habe ich da mehrere Anschlüsse dran, hier schön farbig gekennzeichnet, einen blauen, das ist da, wo das Internet rein und raus geht, einen zweiten, das sind die LAN-Buchsen, das ist also mein lokales Netzwerk und es gibt eine WLAN-Schnittstelle, das ist diese schwarze 3, die da an der Seite steht. Wenn wir das Teil jetzt mal aufschneiden, dann sieht das intern so aus. Da gibt es immer noch die WLAN-Buchse, die ist hier, da gibt es so einen internen Teil, der ist hier der gestrichelte Teil und dann gibt es hier diese anderen Anschlüsse, nämlich hier meine LAN-Buchsen, das ist hier die Nummer 2 und meine WLAN, da zum Beispiel in 2 GHz und da oben für die Nutzer hier und da oben das Mesh, also da, wo der sich mit dem Nachbarn verbindet. Der zentrale Kern sind diese beiden, da gibt es einmal einen Dienst, der nennt sich FastD, das ist der VPN-Teil, der also dafür sorgt, dass der ganze Traffic über eine VPN-Verbindung, über diese WLAN-Buchse, also über die Internetleitung, dann zu unseren Gateway-Servern, die halt im Rechenzentrum stehen gehen. Deswegen ist im Prinzip alles, was hier läuft, läuft unter dem Namen Freifunk. Natürlich läuft das über die eigene Internetverbindung, die eigene Fritzbox, die dann hier dran sitzt, die dann an dieser Stelle kommt, aber sie hat halt nicht mehr den Namen, ja, Peter in meinem Fall dran, sondern sie hat halt den Namen Freifunk dran. Der Nutzer sitzt jetzt hier unten, das ist jetzt mit dem Tisch ein bisschen schlecht hier, aber das ist zum Beispiel jetzt ein Nutzer, der sitzt da, da gibt es vielleicht auch noch ein paar Nutzer, die halt im WLAN hängen, weil es mein Tablet ist oder weil es zum Beispiel die Kinder sind. So, und da oben, da hängt dann noch mein Nachbar vielleicht dran, das ist dieses Mesh-Netzwerk und typischerweise könnte man jetzt so kommunizieren, irgendjemand in dem lokalen WLAN, der halt hier angemeldet ist, geht halt hier über diese, das ist eine interne Bridge, auf dieses BAT0 und das Batman-Kernel-Modul, da kommen wir gleich hin, was Batman damit zu tun hat, und geht dann raus zum Nachbarn. Das ist so ein typischer Kommunikationsweg über jetzt hier ein WLAN-Gerät, durch das Gerät, über eine Luftschnittstelle in ein anderes und auf der anderen Seite, bei meinem Nachbarn zum Beispiel, wäre das jetzt einfach umgekehrt. Es kommt da rein, geht hier und an sein Tablet und schon können wir miteinander Daten austauschen. Wenn wir nach draußen gehen, gehen wir über den, nicht über den Weg, sondern wir gehen hier über den VPN, über das Mesh-VPN und dann sieht das so aus. Hier bin ich wieder, vielleicht jetzt mit meinem PC, mit Zweckkabel, gehe über das interne Switchboard drüber, durch das Batman-Kernel-Modul, hier durch das Mesh-VPN, auf meine Warnschnittstelle, durch mein Internet, zum Beispiel, weil ich bei Mnet bin, bis zu dem Gateway, der bei uns dann steht und dann geht es halt weiter irgendwo ins Internet. Da sieht man das. Das ist jetzt der Weg zum Beispiel, den ich jetzt wählen kann, wenn irgendjemand anders, das wäre jetzt mein Nachbar, der geht jetzt gerade über meinen Router, aber nicht in meinem Namen, über das Gateway, dann irgendwie da ins Internet. Das Ganze geht natürlich auch, ich könnte von hier jetzt und dann gehe ich halt über hier, da drüber und ins Internet, geht auch. So, was hat das jetzt mit Batman zu tun? Das ist Batman. Batman ist die zentrale Komponente beim Freifunk und es ist der Better Approach to Mobile Ad-Hoc Networking. Hä? Naja, also jetzt nehmen wir mal an, es gibt so mehrere tausend Leute in München, die gibt es, die haben solche Router zu Hause stehen, so Freifunk-Router. Aber die müssen ja miteinander irgendwie zusammen tun, dieses Bild hier. Ich muss ja irgendwie über dieses hier, das muss ja die alle miteinander verbinden und dann muss noch jeder wissen, wer wo gerade irgendwie ist, welches Endgerät ist wo, wo geht die Route, wo geht das Routing-Lial. Und das macht Batman. Und habe ich jetzt, wenn ich drei Leute habe, habe ich eigentlich drei Freifunk-Router? Ja, ja, physikalisch schon, aber rein logisch sind das keine drei Freifunk-Router mehr. Oder 1750. Was hatten wir heute Morgen, Peter? Hast du mal nur geguckt? Irgendwie so um den Dreh, ne? Ja. Nee, das ist eher sowas. Und das ist jetzt der Trick. Freifunk ist im Prinzip ein riesiger, verteilter Layer-2-Switch. Auf Deutsch, die Pakete, die da rumlaufen, die haben keine IP-Adressen dran, sondern die haben nur MAC-Adressen. Und was passiert ist, diese werden zusammengefasst, virtuell, zu einem Switch. Da muss natürlich alles mögliche auch hin und her laufen, damit das funktioniert. Was kann ich damit machen? Das Gute ist, wenn ich das so mache, weil alle hängen ja am gleichen Switch im Prinzip. Also, alle Nutzer, die Einzelnutzer, sind jetzt im Prinzip hier angeschlossen. Damit kann ich beliebige Layer-3-Protokolle fahren. Ich kann also IPv4 machen, IPv6, Multicast, sonst irgendwas. Ich brauche keine IP-Adresse. Ich kann eigentlich im Prinzip sofort losmeshen. Also, ich muss nicht warten, um eine IP zu kriegen. Ich kann sofort meshen und Daten austauschen, wenn ich will. Nicht unbedingt mit dem Internet, aber mit anderen. und rein theoretisch kann ich auch Funkzellen wechseln. Sowas im Prinzip, sowas wie Roaming, was man ja vom normalen Mobilfunknetze kennt. Da fahre ich ja auch mit dem Auto irgendwie auf der Autobahn und fahre über zig Kilometer und das ist ja nicht mehr die gleiche Funkzelle, sondern ich werde immer, immer gibt es immer ein Hand-off und trotzdem bricht die Verbindung nicht ab. Das ist hier halt auch. Und das heißt, Topologie und Topologieänderungen, also wer gerade mit wem verbunden ist, ist komplett transparent. So sieht das dann bei Spacenet aus. So sieht unser Rack da aus. Da oben kommt das Internet rein. Da, wo das gelbe Kabel ist. Das ist also unser echter Uplink. Aktuell 2 Gigabit. Sind wir als Freifunk mit dem Internet verbunden. Dann gibt es da oben noch so ein Patchpanel und so zwei Switche, die die ganzen Sachen hin und her switchen. Und die Kernkomponente sind dann diese drei Server, die hier stecken. Das sind unsere Gateways. Diese Gateways sind also dazu, da zu gucken, okay, wo muss jetzt das Paket wirklich hin? Geht das jetzt zu einem anderen Freifunknutzer? Geht das ins Internet? Wo muss das genau hin? Ah ja, da gibt es einen neuen Nutzer im Netz, der will auch eine DHCP, per DHCP eine Internetadresse haben. Ja, kannst du da haben. Davon haben wir drei. In München natürlich entsprechend genannt. Also wir haben das Siegestor, das Sendlinger Tor und das Isator. und das Ganze wird jetzt in Zukunft auch noch virtualisiert werden, damit wir noch ein bisschen flexibler sind und dazu haben wir jetzt schon da unten schon mal einen Vierfachcluster mit IBM DX360 M3 aufgebaut, für den wir das wissen will, da sind jeweils zweimal sechs Core Xeon drin mit 96 Gigabyte RAM und eine Kombination aus einem Terabyte Harddisk mit 256 Gigabyte SSD. Und das ist halt dazu da, um unsere Firmware zu bauen und auch in Zukunft solche Gateways einfach deployen zu können. Warum? Weil zum Beispiel für so eine Veranstaltung, wie es jetzt hier ist, diese Veranstaltung, das Freifunk läuft jetzt nicht über einen von diesen Gateways, die wir jetzt hier haben, sondern es hat einen eigenen Gateway gekriegt und so können wir halt für solche Veranstaltungen ganz schnell einfach Gateways deployen über so ein Virtualisierungscluster. In Zukunft wird das noch ein bisschen anders sein, aber das lassen wir jetzt mal weg. So, jetzt war ja irgendwie von wegen, wir wollten ja von Max Vorstadt nach Freimann. Wie geht denn das jetzt? Und dazu muss ich mir halt noch so zusätzliche Hardware dran bauen. Das ist das letzte, wovon ich jetzt reden werde. Da gibt es dann so andere Hardware, die sieht man da jetzt oben links eingeblendet. Das ist so ein Richtfunkgerät. Also während meine normalen Router hier unten, diese Geräte, die haben ja mehr so eine ungerichtete Abstrahlung in alle Richtungen, weil ich weiß ja nicht, wo der nächste Nutzer ist. Hierbei ist es so, dass es sehr gerichtet und ich könnte dann zum Beispiel das dazu nutzen, um einen Park zu versorgen. Von meinem Dach aus. Hier ist der Park direkt neben dem Chaos Computer Club gezeigt. Also beim Chaos Computer Club zum Beispiel in München gibt es so einen Teil auf dem Dach und da wird halt der Park mit besendet. Das heißt, im Sommer können die Leute da das Freifunk-WLAN nutzen. Ich kann aber auch, und jetzt muss ich ja immer noch von Max Vorstadt nach Freimann, da muss ich noch weiter aufs Dach und das mache ich dann damit. Das sind die sogenannten Richtfunkstrecken und da gibt es dann halt solche, ja, solche kleinen Satellitenschüsselartigen Geräte hier. Was sieht man jetzt hier auf dem Bild? Da gibt es so ein paar Amateurfunkantennen, da gibt es so und dann diese kleinen, die Ubiquiti Nano und Powerbeams nennen die sich und das sind halt so typischerweise solche Richtfunkverbindungen, die dann halt verschiedene Stadtteile miteinander verbinden. Da unten ist dann noch so ein Outdoor-Kasten, wo wir halt noch einen Switch mit reinpacken und die entsprechenden Netzteile für die Einrichtung und wenn man vom Dach was nach unten bauen will, sollte man übrigens auch keine Kabel verlegen, das macht man dann über Glasfaser, weil sonst bin ich nämlich eine elektrische Verbindung, wo sich auch gerne mal der Blitz dann da so. Blitzschutz ist natürlich oberstes Gebot sowieso, aber trotzdem will ich das galvanisch trennen über eine entsprechende Glasfaserstrecke. So, und dann kann ich das damit verbinden. Was kostet eigentlich sowas? Ich hatte sogar gesagt, so ein Freifunkrouter kostet irgendwie so 40, 50 Euro. Die Teile kosten so um die 100. Wenn sich jetzt zum Beispiel eine Nachbarschaft dann denkt, ich möchte mich gerne mal mit anderen Nachbarschaften verbinden, wir bauen sowas aufs Dach, ist man damit so 100 Euro dabei. Die gibt es in verschiedenen Arten und Weisen und das macht natürlich auch sehr viel Spaß, da dann mal bis zum nächsten Nachbar mal gerade den Sommerabend auf dem Dach zu verbringen und dann mal die nächste Strecke aufzubauen. Wozu ist das noch nutzend? Naja, es ist vor allen Dingen dazu nutzendlich, wenn was ausfällt. Nämlich dieser Teil. Ich muss ja im Moment aktuell immer vor diesem Dingen hier über das normale Internet bis dahin. Wenn mir das ausfällt, weil ich zu Hause meine Flatrate nicht gezahlt habe oder weil der Bagger irgendwie das Telefonkabel von meiner Tür weggebaggert hat, dann sieht es ziemlich schlecht aus. Also wenn das passiert, dann ist nichts mehr mit Freifunk, weil vielleicht habe ich auch keinen Nachbarn mehr. Aber vielleicht habe ich ja irgendwo auf dem Dach nebenan was und da kommt dann halt dieser Funk-Backbone mit rein. Der verbindet halt im Prinzip dann einzelne Stadtteile über solche Strecken und damit kann man das dann auch machen. Das ist jetzt noch so ein bisschen Zukunftsmusik bei Freifunk Mönchen. Das wird jetzt aber in diesem Jahr größer aufgebaut werden, weil wir jetzt Zusagen gekriegt haben von mehreren Leuten auch von der Stadt München. Wir hatten Verhandlungen mit der Stadt München. Die haben uns hohe Stadtstandorte zur Verfügung gestellt und da werden wir jetzt diesen Sommer mal ein bisschen aktiv werden und das mal ein bisschen da verbauen. Das sieht dann hinterher so aus. Zum Beispiel, da habe ich dann so Core-Standorte und da hinten gehe ich zum Datencenter, wo wir dann hin müssen und da kann ich dann halt stadtweit mit vernetzen. An jedem von diesen einzelnen Standorten kann ich dann wieder untervernetzen in kleinere Nachbarschaftsbereiche und so weiter. Weil ganz davon abgesehen, dass es auch nicht aussieht und dann kann man da halt stadtweit hinterher vielleicht Freifunk mit verteilen. Ich würde an dieser Stelle einfach mal stoppen, weil es gibt bestimmt noch ein paar Fragen und dann machen wir lieber noch eine kleine Fragerunde, bevor ich hier jetzt noch einfach die weiteren Slides einfach runterrattere. Dankeschön. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Peter. Ganz genau. Wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Ansonsten natürlich auch, wer jetzt nicht zur Frage kommt oder jetzt keine Zeit hat, einfach beim Freifunkstand in den nächsten zwei Tagen noch vorbeischauen. Wir haben schon eine Frage. Ach, super. Ich habe noch die Frage, wie schaut es denn auf dem Land aus, Münchner Umland? Da brauche ich eine Richtfunkantenne, um mich irgendwie mit dem Münchner Kernnetz zu verbinden oder kann ich da lokal auch schon irgendwas Sinnvolles machen? Naja, also im Moment ist es ja, also der Klassiker aktuell, in München haben wir das Münchner Problem. Das Münchner Problem sieht so aus, dass ja keine, also im Innenstadtbereich darf ja nichts höher gebaut werden als die Frauenkirche. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, dass nur weil ich meinen Freifunkruter ans Fenster stelle, heißt das noch lange nicht, dass mein Nachbar der drei Häuserblocks weiter ist, weil die sind ja alle gleiche Giebelhöhe. Ich muss aufs Dach. Ich komme aber nicht immer aufs Dach, weil ich bin vielleicht, wie die meisten, halt nur Mieter und dann sagt mir mein Vermittag Moment jetzt mal hier eine Antenne aufs Dach für irgendwelchen komischen Datenfunk, ey, vergiss mal so mal. Deswegen gibt es ja aktuell, gehen wir halt immer über dieses Kernelmodul, das Fast D, diesen VPN, über den eigenen Internetanschluss raus. Und das ist halt auch für Umgebung zum Beispiel. Also im Umland ist es, da kann ich meinen Freifunkruter auch einfach hinstellen, da verbindet sich dann halt über das VPN, über meinen, meinen oder den Internetanschluss des Machbaren, wenn ich mich mit dem zusammentue, oder irgendeinen schnellen Internetanschluss im Dorf, vielleicht irgendjemand hat vielleicht einen, verbindet sich dann mit dem Chor von Freifunk München, eben Rechenzentrum, da oben über die normale Internetleitung und dann kann ich aber zum Beispiel auch innerhalb meiner kleinen Ortschaft mich dann über Funk vernetzen. Das lief vor ein paar Jahren noch sehr gut, zum Beispiel in Gauting. In Gauting war die ganze Hauptstraße hoch und runter vernetzt, hat sich dann allerdings gezeigt, dass dieser 20-Euro-Router gerne mal, wenn Sommer und richtig warm und viel Traffic, das müssen wir jetzt mal wieder neu aufbauen. Aber das gibt es da auch, ja. Kann man auch sehr schön sehen, einfach bei uns auf die Seite gehen, FF Mugnet gibt es eine Knotenkarte und da sieht man alle aktuellen Knoten in München. Die sind aktuell so 7700, glaube ich, haben wir heute Morgen gehabt. Frage, ah, noch eine Frage. Wenn ich das auf der Übersicht richtig gesehen habe, kommt das VPN-Modul direkt vor meinem eigenen Router oder was? Heißt das, dass wenn ich bei mir dann Wireshark anmache, dass ich alle, die in meinem Mesh-Mack-Zwerg drin sind, da ich den Internetverkehr sehen kann oder? Du siehst halt, du kommst gleich mal bei uns am Stand vorbei, dann zeige ich dir die Internet. Okay. Weil das wird jetzt gerade dann sehr technisch, ich glaube, das machen wir lieber gleich offline. Kommen wir gleich mal vorbei, dann zeige ich dir das ganz genau. noch Fragen sonst? Und noch eine? Ah, da können wir nämlich direkt an den Freifunk-Switch auch dran und das mal gucken. Also wenn ich das richtig verstehe, dann liegt die Störerhaftung bei SpaceNet und man hat mit dem Provider auch eine relativ starke Abhängigkeit, oder? Wenn der mal irgendwann nicht mehr will, dann... Das ist richtig und Freifunk ist halt auch so, wir treten auch als Provider auf, also wir sind erstmal noch ein Provider zwischen SpaceNet und dem Freifunk-Nutzer und als Provider haben wir halt auch das Provider-Privileg, das heißt, wir sind im Prinzip ein Provider wie jeder andere Provider auch. Natürlich, klar, bei uns schlagen dann auch entsprechende Abuse-Meldungen auf und natürlich haben wir auch ein entsprechendes Abuse-Management und müssen das auch machen und es ist auch so, dass Freifunk jetzt nicht sagt, wir schieren uns nicht um die allgemeinen Regeln, wir halten uns da auch dran und Freifunk ist auch nicht angetreten als anonymes Internet zum Beispiel, weil in diesem verteilten Layer-2-Switch für die Experten hier, damit das funktioniert, muss meine MAC-Adresse auch sichtbar sein. Also, und wenn da irgendwelche Meldungen kommen von wegen hier, mach das jetzt mal aus, dann machen wir das auch aus, weil das machen nämlich alle Leute, die das machen, die machen das nur freiwillig und in der Freizeit und deswegen, also es ist halt ein Gemeinschaftsnetzwerk, es zieht natürlich auch ein bisschen darauf ab, dass die Leute halt sich auch, ja, gemeinschaftlich verhalten und, aber jetzt hat es funktioniert, also wir hatten die letzten fünf Jahre, ich glaube mal, zwei Meldungen hatten wir und das war auch wirklich nur, ja. Gut, sonst noch was? Sonst sage ich vielen Dank. Danke auch. und nochmal einen Applaus. Danke schön. Applaus Mit Vielen Dank.